So, bin wieder da, nach der kurzen Unterbrechung, so, starten wir, wie angekündigt, eine Runde Battlegrounds. So, mal sehen, vielleicht können wir da ja was reißen. Gucken, ich habe einen neuen Controller am Start, das ist natürlich so eine Sache, der muss dann erstmal eingespielt werden. Ich habe gerade ja noch eine Runde Dead by Daylight gezockt, im Stream hier. Gucken. So. Bin ich auf jeden Fall gespannt, was da rumkommt. So. Action Time. Ach, war schon ein bisschen später am Abend hier. Aber ich dachte mir so, komm, für die Nachtschwärme aus dem Stream an. Spiel ist ja ziemlich gefragt, was soll's. Und er hat gerade gesehen, Montana Black da streamt das auch gerade. Und was soll's. Ich mein, dadurch werde ich natürlich jetzt keine zigtausend Zuschauer erreichen, zumal er auch streamt. Da schnappte mir die Deutschen alle weg. Aber egal. So bleibt das Streamen jetzt noch ziemlich ruhig. Aber ich muss sagen, ich bin mit der Grafik auf der Bom nicht so zufrieden. Also die Umsetzung, die ist nicht gerade gelungen. Muss ich behaupten. So, und ich hab ganz schlechtes Convola Gefühl. Und bin ein bisschen am Nuscheln. Weil ich nebenbei noch am Gefallen bin. So. Okay. Wir gehen raus. Komisch. Wie als hätten sie's gerochen. Wie als hätten sie's echt gerochen. Dass mal raus geht. Wir versuchen jetzt hier erstmal runter zu kommen. Da geht natürlich schon jemand runter. Das kann ich knicken. Das kann ich knicken. Dann müssen wir da hin. Und im Idealfall ist da jetzt... Ich hab nicht drauf geachtet, ob da jemand runtergekommen ist. Im Idealfall nicht. Wir werden's sehen. Da ballern sie schon. Vielleicht laggy. Nicht nur Leicht laggy, sondern... Stark laggy. Was das jetzt für ne Waffe ist... Was das jetzt für ne Waffe ist... Was das jetzt für ne Waffe ist... Weiß ich nicht. Ja, immer ziemlich ehrlich, was das angeht. Was das für ne Waffe ist... Was das für ne Waffe ist... Was das für ne Waffe ist... Egal... Wie hättest du das für ne Waffe ist... Ne Waffe ist es ein sehr guter... Ich weiß nicht, ob das jetzt... Stürzschaden hat er gekriegt, alles klar. Stürzschaden... Demnächst im Kino. Da müssen wir... Trau mich jetzt aber nicht so raus, weil ich die Waffe, die ich jetzt hab, noch nicht kenne. Das ist so ein Problemchen. Wenn du die nicht kennst, du weißt nicht... Millimeter... Ich weiß nicht... Was das ist, versteht ihr? So ein Erste-Hilfe-Koffer gefällt mir schon. Aber... Wie gesagt, wenn du keinen Plan hast, wie die Waffe schießt an für sich... Ob sie jetzt Einzelschuss ist... Ich kann auch jetzt nicht irgendwie da drauf gucken... Ich kann nicht gucken... Okay... Okay... Spielbereich wird... 0... 77 sind am Leben... Okay... Wir markieren uns mal... Bereich, wo ich gerne hin möchte... Wie gesagt, ich hab keinen Plan, wie die Waffe schießt... Jetzt... Ob das eine Waffe für Long Range ist... Und ich weiß... Das... ...neben uns einer auch runtergekommen ist... Das weiß ich nicht... So... Normalerweise sind wir gut in der Zone... Das brauche... Problemschnitt bloß... Was das Loot angeht... So den Loot... Da hinten... Ach... Ne... Da läuft keiner... Ich hab immer... Ich muss mal meinen Fernseher langsam putzen... Ich hab auf dem Bildschirm... So einen kleinen... Fleck... So einen ganz kleinen Fleck... Der sieht aber immer so aus... Als wenn da grad jemand laufen würde... Wisst ihr was ich mal... Bin ich hier auf der Straße... Also... Was sagen Sie... Öffentlicher geht's eigentlich kaum... Der Spielbereich wird auch beschränkt... Aber... Sind eigentlich gut dabei... Wie gesagt... Ich weiß nicht wie die Waffe schießt... Ich hab kein Plan wie die schießt... Ob das... Eine Long Range Waffe ist... Die sieht eigentlich voll nach Long Range aus... Aber wir machen das mal... Bisschen taktisch... Ich hab zwar nicht viel Loot... Ich hab echt... Eigentlich Arschkartenloot... Sagen wir's mal so... Hier könnte jemand sein... Das sieht aber nicht so aus... Das gefällt mir nicht... Weil... Ich hab grad was gehört... Da kommt was... Das gefällt mir schon eher... Das Feld... Es geht nur, Dies... 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 Da jetzt... Dies... 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 Wie gesagt, ich weiß nicht, wie die Waffe schießt. Mal dürfte uns jetzt hier nichts passieren. Wir können ja zur Sicherheit noch ein Stück mehr reingehen. Ich mach den Krauchemann. Der Krauchemann ist nie verkehrt. Glaubt mir mal. Zumal es leben ja auch noch ziemlich viele. Ich hab halt dann keinen Bock, dass mich die Zone hinterher holt. Weil ich halt wieder mal ohne Fahrzeuge unterwegs bin. Ich hab ja immer so ein Glück, was das angeht, dass die Fahrzeuge quasi vor mir weglaufen oder so. Man könnte halt sagen, wir spielen das hier ultra realistisch, könnte man so sagen. Weil wer würde wirklich wie so ein besenkter Rumrenn im Krieg oder so. Im Kriegsgebiet. Und quasi drauf scheißen. Oh oh. Ob ihn jemand abknallt. Und es ist ja immer so, ich möchte ja unter die letzten Leute kommen. So. Ist das ja das. Ich weiß wohl, dass da vorne welche sind. Da ist gerade jemand mit dem Auto gefahren. Jetzt haben wir einen schwierigen Weg vor uns. Und zwar. Jetzt müssen wir gleich hier rüber. Wie hat jemand? Wisst ihr was ich gern mal hätte? Eine Sniper. Boah krass war das knapp. Eine Sniper. Das wäre so mein... Dream. Mein favorite Dream. Für einen Moment zumindest. In der Long Range. Hier hast du eigentlich eine super Pose für die Long Range. Aber... So. Ich mein, wer sich jetzt fragt. Gott, wieso tötet ein Ding? Also wieso tötet er keinen? So. Und wieso graucht er da rum? Wie der letzte Kruger auf der Stange? Leute. Spürt das Spiel. Hier. Denn das Ziel von dem Game... Das Ziel von dem Game ist nun mal... Zu überleben. Und nicht irgendwie reinzucken. Als wäre man... Rambo für Arme. Wo steht er? Ich hab gar nicht drauf geachtet wie viele im Spiel waren. Waren es wirklich 100? Dann sind die... Ziemlich... Schnell alle down gegangen. Das sind immer so die ersten... Momente... Wo dann... Entscheidend ist, was du machst. Und ihr müsst am besten... Ihr seht ja, so kann man immer unterwegs sein. Und sie sehen dich nicht. Ich mein gleich müssen wir... Offener spielen. Das geht gar nicht anders. Immer da zur Schule kommen. Dann ist das ein Muss. Aber so lang wie es... Noch einigermaßen geht... Versuchen wir uns hier bedeckt zu halten. Es sind immer noch... 46 die hier leben. Bedeckt! 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 Oh nice! 46... Das ist schon mal eine Zahl! Den könnten wir uns holen, aber den lassen wir erstmal vorbeiziehen. Gehen erstmal weiter rein, jetzt ist hier Bombenzone, direkt bei mir. Gehen. 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 Komisch. Naja, was soll's? Halb so wild. Komisch. Komisch, komisch. Hatte ich schon mal. Das hatte ich schon mal. Genau die gleiche Situation fast. Dass ich vor jemandem stand, hab geschossen und das kam aber nix. Ob das an den Server legt? Ich weiß es nicht. Irgendwas stimmt da manchmal nicht. Oh, wie lecky. Ja, das wird sein. Das wird sein. Dieses Glecken. Das ist echt ein Bescheid. Beckerhaft. Ich weiß nicht. Was? 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 Komisch. Wo gehen wir raus? Da werden viele aussteigen. Ach komm, wir gehen mal auf Risiko. Wir gehen einfach mal auf Risiko. Ist das jetzt wahr? Wir gehen da hinten hin. Du kommst zu schnell runter mein Freund. Genau da geht... Boah. Gott, ne. Dann müssen wir hier runter. Habe jetzt nicht gesehen, ob hier, aber ich glaube hier ist auch jemand runter gekommen. Ja. Ja. Come on. Super! Das ist so super. Hat's gebracht hier rein zu gehen. Zumal, die haben jetzt Waffen. Ich hab' gar nichts. Nein! Das Problem wäre bloß gewesen, wenn ich da jetzt mit reingegangen wäre. Sind hier noch kleine Hütten? Ich weiß das gar nicht. Ne. Ne. Damit sind Steine gemeint. Ach man. Oh man, was leckt das? Mann. Was leckt denn das so? Also die Server sind echt ätzend. So. Ich kann jetzt bloß auf Risiko. Ich weiß, da sind welche runtergegangen. Drei oder vier Stück waren es sogar. So. Ich kann jetzt bloß auf Risiko. Ich kann aber jetzt nur auf Risiko machen. Hier ist jemand drin. Ich hab ihn gehört. Was soll ich machen? Ich hab keine Waffe. Nichts. Ich hab' noch mit. Ich hab' noch mit. Ah, ah. Keine Mund. I can't close your mind anymore. I can't close your mind. 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 It's not intense. It's the same thing. It's the same thing. Das ist doch wohl ein Ding der Unmöglichkeit. Wie kann man denn so viel Pech haben? Ich könnte mich hier verstecken... 50 am Leben nur noch, und ich habe keine Waffe. Nichts! Ich lasse die Tür zu. Ich denke mir, dass da oben jemand sein wird. Der wird mir jetzt erstmal ein paar vor Platz knallen. Da wäre ein Rucksack. Sag mal, wie viel Pech kann man haben? Was ist das? Was ist das? Ach, Schrotflinte? Was ist das? 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 Das kriege ich gar nichts und jetzt habe ich alles. Ich bin bescheu. Was ist das? Was ist das? Nein! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wir müssen weiter. Naja, hier, ey, dass wir überhaupt so lange überleben. Alter, krass, ohne Waffe. Ich hab's 39 schon, ey. Jetzt ohne Mist. Ich will ja nicht poschen, aber... Platz 39 ohne Waffe ist schonmal was. Also... Ich meine, ich hab komischerweise immer das Pech, dass ich hier auch nur Schrotflinten bekomme. Passen, aufpassen. Nix. Kommen, schaffen wir es noch rein? Bestimmt. Fjftffffzffftfffftffftfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffmsffffffffffffffffff maint 아니 ... Müssten wir's noch schaffen. Oh... Scheiße... Ich nehme KEIN AUTO. DAS SIS SO'NE TAKTIK. Scheiße, scheiße, Scheiße. Scheiße, scheiße. Komm ey, genau wenn ich fast da bin, im Ernst jetzt, im Ernst ey, ich mein, zieht nicht viel ab, aber im Prinzip Sache, ich hätt gern das Auto genommen, aber... Den hätt ich auch gern gekillt, aber naja, also krass dafür, dass ich keine Waffen hatte die ganze Zeit und unterwegs war wie so ein Berserker, so, da würde ich selbst sagen, Platz 33 ist oder die Waldfee, zumal das Auto hätte ich jetzt doch gerne gehabt, weil... Ich kenn ja mein Glück, die Zone fängt gleich an, wenn ich fast da bin, das Haus da sagt mir nicht zu, da läuft jemand da hinten, hab ich ihn schon gesehen, im Feld... Zu dem Haus möchte ich eigentlich nicht... da ich ja zu Fuß unterwegs bin... 30 am Leben noch, alter krass... also ich fühl mich echt langsam wie so ein Rambo... bisschen Kurskorrektur... 5 Sekunden und dann kommt die Zone... ich hab jetzt auch gar nicht mehr aufm Sch... oh... Schirm... weil ich ein Medikit dabei hab... ey komm... wenn die Zone jetzt kommt... ich bin so ein... ja... Glückspechpilz... Pass auf, gleich kurz vor der Zone kommt... die Todeszone... das hatte ich letztens, ey... kurz vor der... Safety Zone... kam die Dead Zone... ich hol' euch mal vor... du hörst mich nicht... so, ich bin hinter dir... Hallo... Da! Ne! Hat er nicht gemacht! Was ist das? Ich hab ne Shotgun! Ich hab geschossen! Was ist denn das? Was? Ey! Wohin schon mal so ne Runde gehabt? Ich schieß... keine Ahnung wohin der Schuss da geht... der lag am Boden... ich hab auf ihn geschossen... ey krass... hier... ich hab sogar Trefferpunkte bekommen... wie kann das sein? Wie kann das bitte sein? Ich hab ihn also getroffen... ey... was ist denn das für ein Witz? Sieben Trefferpunkte bekommen! Und er ist nicht tot! Ey... das gibt's nicht! Ich hab ja sonst keinen anderen erschossen gehabt! So ein Schwachsinn! Das ist Schwachsinn! Ey... krass! Also das war jetzt totaler Schwachsinn! Das ist eine Logik! Ey... das ist eine Logik! das ist eine Logik! Also das ist totaler Quatsch gewesen! Und dafür sieben Trefferpunkte! Aber er geht nicht da rum! Das ist eine Logik! Krass! Ja Leute! Das Spiel ist noch in der Entwicklung! Das merkt man! Das merkt man wirklich! Also krass! Ey... 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 Das... Das... Das gibt's gar nicht! Vor allem wie schnell ich im Gegensatz... Das gibt's doch gar nicht! Ich war ja sofort da unten! Und er schluckt den Hit seines Lebens! Ich hab ihn ja nicht mal gehittet angeblich! Aber bekommen die Trefferpunkte! Was ist denn da die Logik? Ne! Das hatte ich jetzt schon ein paar Mal! Das fangt mich echt ab! 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 Komisch! Krass! Wir kommen auch noch die Trefferpunkte angerechnet! Aber... Krieg den Kill nicht! Also... Das kann nicht wahr! So ein Blödsinn! Was hier? Ich versuch jetzt mal ne ganz andere Taktik! Ey... Ich rast gleich aus! Bekomm den Kill nicht! Aber die Trefferpunkte... Also... Das gibt's doch gar nicht! Das gibt's doch gar nicht! Da kann ich echt ausrasten bei sowas! Okay. 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 Ach, das leckt, das ist nicht normal. Ich wollte eigentlich nur die Weste, aber egal. Krass, ey. So ein Schwachsinn. So, das sind so die Momente, wo du echt sauer wirst. Okay. Wieso komme ich nicht auf die Pfanne? Was ist da los? Was ist denn Quatsch? Die Pfanne doch. Pfff, warte, ich muss mal was testen. Das gefällt mir aber auch nicht. Ach, scheiße. Also, ich bin echt ein bisschen angepisst, sag ich euch so wie es ist. Ach, scheiße. Also, ich bin echt ein bisschen angepisst, sag ich euch so wie es ist. Wir leben hier auch noch zu viele und ich habe nur eine Wurziehung gepistelt. Ist ein bisschen kacke. Jetzt einer mit Shotgun kommt. Hier waren wir noch. Ich bin echt ein bisschen kacke. 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 Ich bin jetzt ein bisschen kacke. Ich bin echt ein bisschen kacke. than te holenこれ? DMP, das ist ein Schuss. Ja nice, das gefällt mir doch eher. Schum, 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 Ihhh, Alter, was, Alter? So. Ah, Alter, Alter. Mann, irgendwie in dem Spiel ist echt voll viel verpackt hier. Okay, ups. Ist hier jetzt drin? Ich gucke immer noch. Da kommt die Jacke mit. So, okay. 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 Ja, man muss immer hinterher gucken, weil... Sonst kommt ein Überraschungsangriff. Dann hast du die Arschkarte. Ich meine, okay, jeder würde das Spiel jetzt so spielen, dass er am längsten irgendwo im Haus oder so gammelt. Aber ich weiß nicht. Irgendwie fand das dann nicht so. Ich muss da oben. Ich will dem Ganzen ja müschen lassen. Oh. So. So ein Weg gehen normalerweise. Ich hätte mir aber doch mal ne Karre schnappt. So. 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 Das ist nochmal der Erfondsator. Das hast du nichts passiert. Okay. Und dann der Erfonds predictions sind? Okay. Die Erfondsかった. So. Über streamlined者. Zieht ja noch nicht so viel ab. Müsste ich eigentlich... ...schaffen. Und scheiße auf den Koffer. Es waren nur 100, die gejoint sind. 50 am Leben. Geht bis jetzt. Hier ist ein Auto. Nicht mehr fährt. Lauf doch! Hier ist ein Auto. Ja, super. Ich sag ja, das Pech ist mit mir, was das angeht. Jetzt muss ich dafür gleich meine Heilung schon verwenden. Ist natürlich blöd. Kannst du jetzt auch mal rennen? Wer vom Teil? Ja. Schaffen wir aber, denke. Ich will bloß weg von der Güte da erstmal. So. Müssten wir halt easy peasy rein schaffen, normalerweise. So. Na komm. Gib Hackengas, alter. Mein Gott. Jetzt erstmal hoch rein. Schnell. Ein Stück rein. Gehen wir erstmal zu, dass wir ein bisschen weiter kommen. Gehen gleich ein bisschen mehr Wein. Energydrink können wir uns gleich gönnen. Das ist die Bürst. Ja gut. Gehen wir jetzt rein. Oh, es gibt Hackengas. Latsch. Ja. Jetzt brauche ich aber echt was zum Fahren, ey. Langsam ist aber empty hier. So ein Schwachsinn, ey. Ich, was das angeht, habe ich so viel Pech. Ich überlebe zwar lang. Aber ich finde nie was zum Fahren. Auto ist auch schon Schrott da. Ja. In 30 Sekunden. Jetzt geht das wieder los. Ich kann das. Das Spiel, das ist für mich einfach nur ein Laufspiel. Also. Mehr nicht. So. Ich kann jetzt bloß hoffen, dass da an der Farm bin. nicht da überhaupt noch hinschaffen. Dass da was ist. Wenn nicht, dann holt mich die Zone. Und die macht ja jetzt viel mehr Schaden. 5 Sekunden. Wird kleiner, ja. Es ist, also das Spiel, das ist nicht mit mir. Ich weiß nicht, was das ist. Also das mal. Hallo jetzt. Ich hab' los drauf 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 drauf." So, wenn ich da nichts finde, dann würde ich sagen, holt mich die Zone, weil die macht ja jetzt noch mehr Schaden. Die Autos hier da außen, kannst du alle knicken, das ist nix, schön, schön, ja, jetzt kommt so, ja, ups, prächtig, wirklich, das ist, also, hier fährt aber auch nicht mal einer, indem man mal eben aus dem Auto schießen könnte, ja, moin, Zone macht noch mehr Schaden. Hier fährt was. Den kriege ich aber nicht mehr, weil er zu schnell unterwegs ist. Da, ja, super. Wie kann man bitte so viel Pech haben? Jetzt mal ganz ehrlich, wie kann man so viel Pech in einem Game haben? Ich sag mal an, ich komme jetzt gerade wieder in die Zone rein und das Game macht mich fertig. Das Game macht mich einfach fertig. So, rein. Jetzt darf ich mich wieder heilen. So. Das ist ein Gerenne hier. So, dafür geht dann jedes Mal ein ganzer Loot drauf. Nicht für Gunfight, sondern für Zone. Geht das? So, ich muss weiter. Wisst ihr, was ich jetzt mach? Ich weiß nicht, wie ich schnell mal hier schwimmen kann. Ich muss aber ja da rüber. Ich werde das jetzt testen, wie ich schnell mal hier schwimmen kann. Ja. Oh ja. Oh, geil. Enorm. Übel schnell. Ich glaube, jetzt sterbe ich im Wasser. Also, ich habe ja bis jetzt echt, was das angeht, gut mitgespielt. So, dass ich die Zone jedes Mal knapp erreicht habe. Ich bin sogar weitergekommen, als ich eigentlich dachte, unter die letzten 23, das ist schon mal schön. Aber die Zone wird mich im Wasser hier zuholen. In 10 Sekunden. Ja, moin. Ey, sag mal. Was? Das ist das. Achso. Ey, wenn ich jetzt wieder Leben abgezogen kriege durch die Zone und schaffe es dann wieder innerhalb von ein paar Sekunden in die Zone, ohne... Achso. Hm, aber sieht nicht so aus. Ich bin noch im Wasser, die Zone kommt. Das wäre möglich gewesen, wenn ich nicht mehr im Wasser gewesen wäre. Aber... Die Zone kommt hier zurück mit mich. 21 am Leben, also. Die Zone spielt kein Stück für mich, wa? Renne doch auch, Mann. Aber echt kein Stück. Ja, sie macht auch dreifach mehr Schaden. Renne! Alter. Zumal ich kann kein Loot aufsammeln, nix. Dadurch, dass ich jedes Mal dafür sorgen muss, dass die Zone mich nicht kriegt, weil ich kein Fahrzeug bekomme, ey. Ja, jetzt, das war's gleich. Jetzt werde ich abgeknallt. Lauf doch rein! Da ist ne Kiste runtergekommen. So, ich bin ja, was das angeht, schon mal weitergekommen, als ich eigentlich dachte. So. So. 20 sind noch am Leben, ja. Und... Da ist ne Kiste, die hätte ich zu gerne. Ich geh jetzt einfach auf ein Risiko. Ich meine, ich werde jetzt eh sterben. Ich meine, wir brauchen jetzt noch ein Risiko. Und die sind noch am Leben. Und heute kommen wir zum anderen Kiste. Wir sehen uns. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, das ist heftig. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Läder. Ja, und wäre es jetzt noch in den Buggy reingekommen, wäre es noch länger gegangen. Irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube langsam, das liegt am Konforter. Ich weiß es nicht. Ich drücke ja die Tasten, auch nachladen und so, aber irgendwie, manchmal macht das dann, dann wieder nicht, dann wieder doch, dann wieder nicht. Komisch. Das ist ein neues, aber ich kann mich nicht beschweren. Ich sage euch so wie es ist, für die ganzen Momente, ich hatte die ganze Zeit kein Fahrzeug. Nichts, ey. Wahnsinn. Ganz ehrlich, Wahnsinn. Heftig. Jetzt werde ich einfach mal ganz woanders runtergehen. Das ist ja irgendwie bringt mir. Egal wo ich runtergehe, ich habe kein Glück. Ja, hier gehe ich raus. Hier gehe ich jetzt auch. Hier sind ziemlich viele Häuser. Wenn ich da kein Glück habe, dann weiß ich auch nicht. Dann fällt mir echt nichts mehr ein. Dann ist das Spiel einfach gegen mich. Ich meine, okay, gerade eben Wahnsinn, dass ich da noch so einen guten Platz erreicht habe. Das war echt krass. Hätte ich nie mit gerechnet. Leck. Leck. Was soll das? Hört doch auf, so zu lecken. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das kann nicht sein. Ich hätte es echt wieder in so einem Haus gewünscht. Das kann nicht sein. Das Spiel ist definitiv gegen mich. Das kann nicht sein. Ne Haufen Magazine und sonst was, aber nicht mal ne Waffe. Das ist unglaublich. Ja, wir sehen uns. Das kann nicht sein. Aber ich würde gerne mal ne vernünftige Waffe. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Okay, ich habe also ne Ozi ohne Pistel. Okay. Das kann nicht sein. 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 Also... Nee! Ich krasse aus! Ich sag ja, irgendwas stimmt hier mit den Schüssen nicht. Tja... Tja, was soll's. Das war schon mal wieder Banane. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist von dem Spiel, dass du manchmal einfach nicht hittest. Ich meine, der hat tot sein müssen. Meine MP, die hat gar nicht geschossen wie die MP. Die hat einzeln Schuss gemacht. Was ist das denn? Das ist ein Schwachsinn! Da kam mit mal gar nichts mehr raus aus der MP, deswegen hab ich da zu Pistel gewechselt. Komisch. Also... Ich sag ja Banane. Gucken, hoffentlich jetzt mal ne vernünftige Runde. Das ist aber... Ah, du willst boxen, ja. Du willst boxen, ja. Jetzt kann ich sagen. Ach... Das ist gut. Ich hab's nicht gesagt. Das ist gut. Ich hab's nicht gesagt. Ich hab's nicht gesagt. Ich denke, das ist ein guter Lobby, also jetzt nicht mehr. Komisch, komisch. So, das gerade eben, das tut mich noch immer so ein bisschen beschäftigen. Ich meine, das mag an, dass es Hörwann liegen, ja, Raum. Das ist trotzdem ätzend. Hä, wo fliegt denn das Flugzeug dann? Ey, jetzt bleibe ich erstmal dran. So, wir machen das jetzt mal ein bisschen. Drehen. Wieso sind die so, ach so. Blöde Frage, wieso sind die so schnitten? Wir haben ja einen Freischirm natürlich später geöffnet. Das heißt, da können wir jetzt erstmal nicht hin. Aber... Spür mich du übrigens gerne auch. Jedes Mal. Gefällt mir eigentlich nicht so. Hier, wir werden schon mal. Seite intendern. So, das läßung. Aber wenn hier wieder einige Stunden dortudo rein, Wenn dieRIB aussieht, dann bin ich nie dascode euch fertig. Also, ich lasse nochmal an, was das an Presby ist. Also, da ist mehr so, dass das wieder heute gefallen ist, Okay. 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 Tja. Wieder mal nur eine Shop dann. Okay. 68 am Leben. Ich werde den Teufel tun, um mich da jetzt reinstürzen ins Geschehen. Okay. 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 Dann hat er das Spiel anscheinend noch nicht gespielt. Und das Spiel bin ziemlich verstanden. Vielen Dank. Vielen Dank. Zumal ich habe ja wieder mal nur eine Shotgun. Und Pesteln natürlich. Das ist ganz komisch. Das sind so die Sachen, die ich meistens bekomme. Ich hätte gerne mal einen Sniper oder so. Das wäre schon Gold wert. Der Sniper wäre schon nicht schlecht. Zumal, wenn du hier solche Momente hast, wie gerade eben in der Runde da, dass du mit einem Manetest, ich verstehe es nicht. Ich sage es so, wie es ist. Vor allem manche Hits kommen an und dann wiederum, keine Ahnung, ist die Hitbox nah. Da muss die Hitbox mit einmal so beschränkt sein, keine Ahnung, auf Millimeter oder die liegt ganz woher, weiß ich was nicht. Ganz komisch auf jeden Fall. Ich sage es, ich werde den Teufel tun, mich da rausbewegen. Erst wenn die Zone sagt, hier bewegt dich, ich meine. Wir sind in der Zone, also perfekt. Da wird auch gleich jemand hoch. Wir sind in der Zone, also knackig, zackig, in der Zone. Wir hören ja, wenn jemand hochkommt, im Edi-Eye-Fall. Jetzt sieht es gut aus. Ich dachte schon, wir wären jetzt rum. Ich weiß, für euch ist es vielleicht jetzt lang, langweilig zuzugucken, wie man da gammelt. Aber wenn man genau in der Zone liegt, dann würde jeder einen Teufel tun und da rausgehen. Jetzt kommen die ersten Formen. Und dannerin die ersten Formen. Es war doch ziemlich schlau da hinzugehen. Es war doch ziemlich schlau. Es war doch ziemlich schlau. Es ist selber getötet mit dem Auto. Was ist das denn? Es ist selber getötet mit dem Auto. Hä? WTF? 42. Ich nehme schon wieder 1 Stunde 40 auf. Krass. Ich nehme schon wieder 1 Stunde. 39 noch. Ich nehme schon wieder 1 Stunde. 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 Wir haben ja gerade schon gesehen, dass die Hits nicht so zuverlässig sind. ...35 ... ... und er ist erdrucken ... ... 34 noch, also echt gut, echt gut. Hier will ja auch keiner zum snipen holen, das ist ziemlich blöd, ich würde schon gerne einen Kill bekommen. Bloß wenn hier keiner zum snipen will. Das muss man, ups. Okay. 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 Nix da, mein Freund, Alter. Kannst du jemand anderen abschießen, aber nicht mich. Mich nicht. Mann, da springe ich dir weg, Alter. Opsa. Nix da. Genau. Puh. Boah, die schießen alle auf mich. Was sind da los? Oh, wie als wäre Staatsfeind Nummer 1. Puh. 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 Messes. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nein, Mann, du Penner, Alter. Entschuldigung, aber da so zu campen, ja okay, Platz 15, ist okay, Platz 15, naja Leute, ich hoffe, ihr hattet Gefallen da dran und haut da rein, bis zum nächsten Mal, ey, ich bin jetzt erstmal geschafft, ey, Platz 15, kommt mit null Kills, und na Shotgun, ja super, aber egal, hau da rein, Leute, bis zum nächsten Mal, ciao.